Wann immer ich einen Raum betrete, wo viele Menschen sind, merke ich schnell, dass die Blicke auf mich fallen. Warum ist das so? Nicht, weil ich so übernatürlich bin, nein, sondern weil High Heels-Trägerinnen immer seltener geworden sind. Und oft bin ich die einzige Frau im Raum, die High Heels trägt und damit ziehe ich automatisch die Blicke an mich. Das heißt, es war nie so leicht wie heute aufzufallen, sichtbar zu werden, Aufmerksamkeit zu erzeugen, die neue Währung in unserer Zeit und das mit einfach nur High Heels. Natürlich musst du gut darin gehen können, denn High Heels sind wie ein Verstärker. Sie verstärken dein Selbstbewusstsein oder sie verstärken deine Unsicherheit. Das heißt, wenn du selbstbewusst in High Heels gehen kannst, diese Skills dir antrainierst, ist es das beste Tool für den Alltag, um sichtbar zu werden.